Diesen Jeep sollten Sie sich unbedingt anschauen. In diesem Auto finden Sie einen Dieselmotor und eine Automatik. Sie sind komfortabel unterwegs, dank einer Geschwindigkeitsregelanlage, Lederbezügen, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Dieses Auto verfügt über ESP, Tagfahrlicht und Traktionskontrolle. Dieses Auto ist zusätzlich mit einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns schnell an, um sich das Auto anzusehen. Untertitelung des ZDF, 2020